Sie möchten ein Haus bauen oder modernisieren? Gut, dass es in Deutschland viele Fördermöglichkeiten gibt. Allein für Heizungssanierungen gibt es rund 2800 Förderprogramme, mit denen Sie bis zu 40% der gesamten Kosten sparen können. Die Antragstellung ist komplex und bürokratisch. Aber hier können wir helfen. Als Fördergeldprofis organisieren wir Ihnen den Zuschuss vom Staat. Maximal 40% für Ihre neue Heizung. Und das so unbürokratisch, dass mehr Zeit für die schönen Dinge im Leben bleibt. Und so funktioniert's. Holen Sie zuerst ein Fachhandwerkerangebot ein und füllen die Förderservice-Checkliste vollständig aus. Dann senden Sie die Checkliste und eine Kopie des Angebots an uns. Wir prüfen die Unterlagen und beantragen die Fördergelder für Sie. Dann kann es auch schon losgehen. Die Beauftragung der Maßnahme und die Installation der neuen Heizung durch den Fachhandwerker. Lassen Sie uns nach getaner Arbeit die Schlussrechnung und das VDZ-Formular in Kopie zukommen. Damit unsere Experten die notwendigen Nachweise für die Auszahlung der Förderung erstellen können. Eine Investition in die Zukunft leicht gemacht. Übrigens, den Fördergeldservice können auch Unternehmen, Kommunen und Institutionen in Anspruch nehmen.